Jo Leute, was geht ihr da mit der Zicht? Willkommen zurück zu einem neuen Video mit mir, dem Simon, euer Gamer-Bruder. Ich bin im League Anthots endlich angekommen. Wir haben so krankes Pack-Lack gehabt. Ich hab gestern so 128 waren es genau. 128 Upgrade-Packs gemacht. Und alter, ich habe von insgesamt 15 League Anthots, die es zu ziehen gibt, 11 Stück gezogen. Das heißt, ich hab fast das komplette League Anthots jetzt antraid. Ich hab insgesamt Spieler im Wert von, glaub, 4 Millionen Münzen gezogen. Wir hatten auch eine Karte, die gut, weil es über 1 Millionen Münzen gekostet hat, dabei, aber ich will nicht spoilern. Guckt euch, das Video an. Ey, wird immer noch maximal geil. Das war gestern ein 10%-Stream. Lasst ein Like da, wenn es euch gefällt. Schreibt gerne rein, was in euren Upgrade-Packs dabei war. Den nächsten Stream wird es leider erst am Samstag geben, weil ich bin morgen auf einer Hochzeit. Meine Cousine heiratet. Ja, schon wieder. Meine beiden Cousinen haben sich entschieden, innerhalb von zwei Wochen zu heiraten. Was willst du machen? Aber deshalb gibt es dieses Wochenende Samstag und Sonntag die Streams, dass ihr da Bescheid wisst. Und lasst ein Follow bei Twitch da, für die, die es noch nicht gemacht haben. Wichtig und richtig. Dann verpasst ihr da meine Streams nicht mehr, weil viele mir immer noch schreiben, ey, wo sind meine Streams? Auf Twitch. Wichtig und richtig. Gönnt euch das Video und, ähm, viel Spaß. Liga Autos. Dimitri Payet. Ohne Witz, ich trau dem Braten nicht. Wär der schlimmer gekommen, da wär wieder dieser türkische Ligaspieler gekommen. Ich trau dem Braten nicht, aber wir nehmen mit. Das ist der zweite. Vamos. Ich bin 2009 einfach aus der Schule raus. Ja, okay. Das ist dann noch ein bisschen älter. Wann bin ich noch aus der Schule raus? 2016. 2016. Digga, ich bin seit sechs Jahren nicht mehr in der Schule. Ich bin seit, seit fünf Jahren sehr... Oha! Back to Back, Liga Autos. Let's go. Aber ist auch geil! Ist auch ne Million! Ist auch ne Million! Let's fucking go! Das ist big, 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 big Content! 1,4 Millionen Münzen! Chief fucking Chief, Junge! Bruder, es war schon ein kleiner Bruch, weil ich dachte, es ist Neymar. Dann überlege ich, ah, es kann ja dann Marquinhos... Und dann kommt er. Bruder, 1,4 Millionen! So eine Baba-Karte! Es ist ohne Witz, es ist nicht mehr ein Bruch. Neymar, es ist all good zwischen uns. Let's go, Alter! Let's fucking go! Guckt euch das an. 1,467 Millionen draufgeboten. Boah, Digger! Man hat ihn halt, ohne Witz, ich finde, man hat den gar nicht so krass auf dem Schirm gehabt. Aber die Karte ist halt so böse. Guck ich das mal an. Was ist das für ne Karte? Digger, wie gut sind die? Jawoll! LaFont! Aber es sind halt wenigstens unterschiedliche. Ohne Witz, das sind ja... Digger, diese League-A-Upgrades sind ja geistig. Hä, wie gut? Ach, scheiß drauf. Ach, fuck! Nein, scheiße! Ach, Bruder. Das ist ja einfach schon der fünfte League-Authers. Wo gehe ich rein? Ich würde so ein... So ein Tuameni-Feel. Marquinhos würde ich auch noch sehr geil finden. Dann kann ich meinen Coat den verkaufen. Vielen, vielen Dank, Bruder. Sechster League-Authers. Ja! Let's go! Wie geil sind die denn bitte? Wie geil sind die bitte? Und da ist der nächste. Ich habe vor einer Minute gesagt, ich will Tuameni haben. Korts sind auch 600k oder 700k. Bruder, wie geil sind die, Alter? Hä, was ist denn da los? Yes, Bonds! Junge, ich habe 30 Packs gemacht. Tuameni 700k, Parketta 1,5 Millionen und halt noch vier andere League-Authers. Hä, wie krank ist denn das? Hört es mal an. 700k einfach. Bruder, das ist ja so cool. Geil, Junge. Geil, 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 geil. Bei den Teases kostet der 1,6 Millionen. Haben die 1,6 Millionen für Tuameni hingelegt oder was? Ach, du meinst die Hellspin auf... Digga, Back-to-Back, was geht denn ab? Halt's Maul! Halt's Maul! Halt's Maul! Was ist das? Bruder, was ist das? Alter, was ist das? Ich habe vor zwei Minuten gesagt, ich will Tuameni und Marquinhos. Das ist ein scheiß EA-Account. Was ist das? Bruder, was ist das? Meine letzten beiden Packs waren 1,5 Millionen Münzen wert. Alles klar. Ich habe einfach jetzt schon aus 30 Packs Spieler im Wert von 3 Millionen gezogen. Alles klar. Hä? Ey, Tom, bitte schreibt mit auf die Liste, dass Mirkan das mit meinem Call reinschneiden soll. Wo ich sage, ich hätte noch gerne Tuameni oder Marquinhos. Das war der absolut geistig kranken Call. Ähm, EA. Also jetzt noch ein Messi wäre echt cool. Ich hätte noch echt gerne ein Messi und ein Guendouzi. Okay? So ein bisschen einfach mit Kollegen online fahren. Mit den Teasies, mit Eli, mit Willi. Halt's Maul, die sind einfach zu krass. Saliva! Ja! Da ist er! Numero Uno! Da ist er doch! Da ist er doch, Chat! Ich bin doch für euch da. Ich sage euch, ich werde ihn jetzt abstoßen. Ich werde ihn noch so häufig zu ihm, es tut mir leid. Es tut mir leid. Es ist Team of the Season Nummer 8, glaube ich. Aber ja, also zu der Frage. Mein Team-Karriere... Back to back. Und der Klausi! Bruder, wie krank! Junge, was ist das? Drei Liga-Orthos direkt hintereinander. Hals, Maul! Ah, und! Bruder, was? Was ist das denn? Aber können wir doch wenigstens anders. Das ist einfach ein Back to back-Klaus. Ach, Junge. Jetzt war er. Ich muss ja da nicht gesehen. Junge. Ist das geil. Ist das geil. Ich hätte euch ein Saliba mehr gegönnt. Ich bin ganz ehrlich zu euch. Mach ich ihn mal hier. Du kannst ihn mal rein. Digga, was ist das? Was ist das? Also es fängt jetzt halt krass an mit dem Doppelten. Wir haben aus den... Bruder, das musst du dir überlegen. Aus den letzten fünf Upgrade-Packs vier Tots-Karten gezogen. Was ist das? Digga, wie gut sind diese Packs? Ja, und Terrier. Junge, let's go! Oh, hat einer die Tots mitgezählt. Hat einer die Tots mitgezählt. Ich habe offiziell den Überblick verloren. Ich schwöre, ich habe offiziell den Überblick verloren. Wir haben zu viele gezogen. Ich muss eine neue SPC machen. Was ist das? Also es sind zwar immer die gleichen, aber es ist vorgewählt. Weil wir hatten in den letzten acht Packs, glaube ich, sechs Tots. Junge, was ist das? Hä? Junge, was ist das? Nächster Tots. Geisteskrank. Und wieder davon. Schön, wunderschön. Welche SPC soll ich diesmal machen? Fuck, Alter. Was ist das? Ich meine, gut, die machen jetzt wieder Scheiß, aber was... Junge, was ist das denn? Alter, wollen die mich verarschen? Junge, Hilfe. 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 Ich stoße ihn nicht ab, komm. Ich verwerte ihn, ich will nicht so sein. Kommt ja auch rein. Zahlt. War das jetzt Tots Nummer 16? Ey, bisher ist es nur ein Saliba, ja? Der Saliba hängt noch ein bisschen hinten dran. Nächster liegt auch Tots. Gwendosi. Ja, Digga, und ich nehme ihn. Gwendosi. Geil, den haben wir noch nicht. Let's go, das ist nice. Vamos, weiter geht's. Nächster Tots. Und auch den habe ich noch nicht. Und auch da haben wir einen Haken hinter. Ich habe gleich das komplette Liga Antots untrade. Nice. Weiter geht's. Bruder, es schmeckt... Bruder, ich habe gleich wirklich das komplette Liga Antots untrade. Digga, das ist ja so geil. Weiter geht's. Oh, ich habe so auf Stürmer gewartet, Junge. Ich habe so auf Stürmer gewartet. Schade, Marmelade. Aber ich finde schon eine SPC, wo ich ihn verwurste. Ja, alles gut. Saliba oder Messi? Saliba? Nein! Scheiße. Kann Saliba dahinter sein? Gib ihn mir. Ah, ich muss wieder eine SPC machen. Sind, die ich jemals bekommen habe. Let's go. Nein. Mach doch bitte Saliba. Mach doch bitte Saliba. F. F*** der gut. Ey, wir haben Tots. Nein! Payet, mach doch Sturm. Mach doch Sturm. Scheiße, mach doch Sturm. Oder mach Saliba. Es ist wieder ein Duplikat. Ah, oder? Naja. Ne, also mal kurz der Real Talk. Sag mir einfach wie. Ich verstehe es nicht. Kann ich nicht mehr vollziehen. Big to Big, Tots. Mach! Immer die gleichen. Immer die gleichen. Bruder, ich packe jetzt... Ich packe jetzt LaFont. Ich habe halt nichts im Echt. Ich stoße sie ab. Ohne Witz. Ich hole sie mir zurück. Scheiß drauf. Let's go, Liga. Saliba. 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 Ich habe beliebt. Und ich habe ihn gekriegt. Weil ich ein Belieber bin. Yeah. Nur du das. Ach, geil. Wunderbar. Wunderbar. Fehlt mir noch ein Lionel Messi. In Jens ja Messi. In Jens ja Messi. Ankele Messi, 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 Messi. Messi, Messi, Messi. Ach, scheiße. Den stoße ich jetzt aber wirklich ab. Ich habe keinen Bock mehr. Weg mit dir. So, hab genug. Wo sind wir? Bei wie vielen Tots sind wir? Kurzer Spoiler. Es wird genauso passieren. Oh, Alter. Habe ich zwar schon in Rot, aber es ist ein League-A-Tots, den ich noch nicht... Joa, nice. Ey, Bruder. Es ist super, was hier passiert. Ey, das ist big. Das ist übel big. GG's in den Chat. Jetzt habe ich in der Aufnahme zwei Leben. Das ist cool. Das ist cool.